ab hat jedes umgekehrt ja wohl und dann wieder ab zur reparatur du bist aber hier du kannst weitermachen ich muss quasi überall gleichzeitig sein wenn ich die firma an der spitze halten will ja ich weiß ich versuche das auch gerade ich versuche das auch gerade so wo ist denn ein hatte ich ich will Baustoffe und Werkzeug, dann löst du hier hin, so, ähm, nehmen wir Kontakt auf, das kann man nur anklicken, machen, glaube ich, und speichern, ja, okay, so, ich habe eine neuartige Tarntechnologie an Fathers Arche registriert, Transformationsoptik, soweit ich sehen konnte, wir könnten sie vielleicht nachbauen, vorausgesetzt, wir haben einen Ansatzpunkt für die Forschung, okay, sie wollen zu mir, aha, okay, und hier, ich habe herausgefunden, wo Father die Konfigurationsparameter seiner Schildtechnologie gespeichert hat, die sollten wir uns schnappen, findest du nicht? Ja, das könnte es vielleicht erleichtern, ja, sieh mal an, wer da kommt, aha, Flughafen zerstören, okay, was sagst du? Meine Agenten berichten, dass in Fathers Werften an neuen Waffentechnologien gearbeitet wird, wir müssen sie an uns bringen und für unsere Zwecke nutzen, okay, ich habe sofort Zeit für sie, okay, das sind alles optionale Aufgaben, natürlich, ähm, entweder könnte ich einfach stürmen und gucken, ob ich es schaffe, aber wahrscheinlich eher nicht, äh, das ist alles doof, so, Gold abbauen, Gibt es hier irgendwie nichts, was noch Strom erzeugt zu unter Wasser? Leider habe ich davon nichts, schade ja gut um die Zeitengrafwerk weil ich auch da mehr Strom dann auf jeden Fall es braucht zum Glück keine Straßenanbindung so Gold, 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 okay, erst mal ich brauche ein neues Warnnippo 1,4 Gold hier hin so Gold dann hat es reicht Werkzeug nicht mehr einmal abladen bitte so zwei Stück kann ich glaube ich bauen oder Schau mal Nein, eins kann ich nur bauen, okay. Gold abbauen. Jetzt klatsche ich hier in die Ecke. So. Baut Gold ab. Sehr schön. So, ich brauche ja noch auf jeden Fall. Ich docke mal wieder auf. Ausladen. Heimfahren. Ich brauche ja noch eine Wasserinsel hier. Boah, ich brauche schon fast... Boah, Mann. So viel Minus, ich hasse es. Ich muss verkaufen, glaube ich, vielleicht. Was könnte ich denn verkaufen? Lad mal was ein. Okay, ich verkaufe mal eben hier Holz. Holz bringt nicht allzu viel ein, aber mal gucken, ist besser wie gar nichts. Ist besser wie gar nichts. Fahr mal ein bisschen schneller hin. So. Ja. Gib Bescheid, wenn du was gefunden hast. Äh, Holz bringt gar nichts. Einverstanden. Bisschen wie nichts. So. Ähm, du lädst wieder ein. Ähm, 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 ähm. Hier das und das. Und dann musst du hier hinfahren. So, und du? Du darfst einladen. Carbon. Ein paar Baustoffe. Und das da runterfahren. Ich brauche schon, aber war schon zu viel, aber okay. Boah, Minus 1000, äh, ich krieg die Krise, was kommt da wieder in U-Boot? Ja, tatsächlich. So. Ich bin auch noch voll beladene Schiff, ja, aber ja, klar. Na gut. Okay, es ist gerade sehr blöd. Aftauchen. Guck mal, ich muss mal auf das Wasser gucken. Aftauchen. Wer klar ist, du kommt gegangen was. Um. Du fährst jetzt erst mal dahin. Du fährst jetzt wieder nach Hause. ok und du brauchst den unterwasserkontor so was muss ich hier abbauen ich muss hier abbauen Diamanten ok Diamanten ja, dauert, dauert, dauert Diamanten registriere Energieknappheit ja, das ist klar Zeitengraftwerk in der Ecke so, Strasse oder was auch immer das sein soll na, gerade bitte so, ok auf, doch, und nach Hause fahren jetzt so, und du ok, lächst ab, das bringt demnach nichts dann fahr mal da hoch die Baustoffe hinbringen ei, der Schwede wir sollen das schaffen das geht nicht kann man vergessen eigentlich die Mission ich komme auf keinen grünen Zweig hier ähm was brauche ich denn ich muss das hier bauen ich brauche vor allem ich brauche ein neues Schiff was für uns, ähm Gold und Co abholt ok ok kipp ne bau ich will jetzt mal äh muss im Hafenbereich ich minus vier Ökobilanz äh das ist doof warum kann ich dich nicht bauen Warnung Warnung Produktion gestoppt also wenn das hier kein Hafenbereich ist, dann weiß ich auch nicht ok ok so, aber jetzt kannst du auslassen nicht jetzt ich bin in einer dringenden Angelegenheit unterwegs so Albatros 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 du darfst jetzt folgendes machen du darfst ähm neue Handelsroute du darfst hier hinfahren du darfst da hinfahren und du darfst hier hinfahren und zwar darfst du so da oben einladen Diamanten und da oben einladen ähm ja Gold Nuggets so und dann darfst du hier ausladen Gold Nuggets und die Diamanten so so und das Schiff war Albatros gut schließen so du darfst jetzt hier mal eben ausladen und auch wieder nach Hause kommen gut dann muss ich ganz schnell bauen ganz schnell hier eine Goldschmelze wo mein Geld aus ist ne muss das hier du hast nichts zu tun eine Goldschmelze und Energieversorgung mangelhaft das Schmuck Ding und jetzt noch schnell die Straße so die Versorgung mangelhaft toll dann gucken wir mal was wir dann bauen können ähm Tycoon sehr groß ähm ähm auch mein Gott bleibt so 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 es gibt nur noch Gold und Co und jenes wahrscheinlich wird eins davon sowieso nicht ausreichen jeweils warum ach das auch noch ich dachte schon wir hätten das Ding würde schon abbauen aber nein von Förderanlagen ach du meine Güte ok ok